Comedy für Metal-Fans? Das geht! Bülent Ceylan zeigt auf der Full-Metal-Cruise einer Kreuzfahrt für Metal-Heads, wie es funktioniert. Vom Metal-Heads zu spielen ist immer geil. Man weiß natürlich, da gibt es immer so ein paar, die saufen so viel, dass die dann immer noch reinschreien. Aber da muss man damit umgehen können. Und die Metal-Heads können damit auch umgehen. Das ist Metal. Anderes Publikum, wenn ich manchmal irgendwo spiele. Nein, ich habe bezahlt für diesen Sitzplatz. Das geht nicht. Wir müssen erstmal einen Stuhlkreis bilden. Sehr schön. Das ist Metal. Scheißegal. Steht zwar nichts. Das ist Metal.